Hallo, was man sagt, und willkommen zum weiteren Anwält-Tutorial und wie ihr gerade im Hintergrund schon seht oder im Titel vielleicht gelesen habt, werden wir heute ein Hauptmenü erstellen. Ich werde euch zeigen, wie das alles funktioniert. Wir werden auch das erste Mal Widgets benutzen, quasi Bilder, die mir vor die Kamera hängen. Ich glaube, so lässt sich das am leichtesten erklären. Sachen wie Hauptmenü, User-Interface etc. werden über Widgets gemacht und das ist jetzt quasi einmal der Einstieg mit in Widgets. Keine Angst, es ist nicht schwer. Wir machen einfach nur ein paar Bilder und Förmchen rein, in dem Fall halt ein Hintergrundbild und ein paar Buttons zum draufdrücken, dass wir auch irgendwo hinkommen, mit ein bisschen Text drauf, dass wir wissen, wo es hingeht. Soweit der Plan. Also würde ich sagen, einmal ab in die Anwältin. Starten wir mal mit der Arbeit in der Anwältin. Wir haben hier ein leeres Third-Person-Template und wir wollen uns jetzt ein Startmenü erstellen. Theoretisch können wir das Startmenü auch hier mit einfügen. Ich persönlich finde es besser und es macht das Arbeiten auch ein bisschen leichter, wenn wir das in einem Extra-Level machen, dass wir nur für solche Menüs benutzen. Sei es Startmenü, weitere Unterkategorien, je nachdem, was man im Startmenü anklicken kann. Optionsmenü wäre da ein Beispiel. Das macht das alles für uns ein bisschen übersichtlicher und auch wenn sich Fehler einschleichen, lassen sie es so leichter finden. Und je nachdem, wenn man eine komplexere Struktur in seinem Spiel hat, ist es sehr wertvoll, wenn man halt solche Sachen einfach getrennt an einem Platz hat, dass man da halt Fehler leichter findet, selber sich leichter organisieren kann. Daher machen wir jetzt ein komplett neues Level unter Third-Person oder First-Person, je nachdem welches Template ihr nehmt, habt ihr einmal Maps. Das ist hier die Third-Person-Map, in meinem Fall. Das ist quasi das Level, in dem wir uns hier gerade befinden. Wir wollen jetzt ein neues machen, das nur für Menüs ist. Dann gehen wir hier, Rechtsklick, Levels, ein neues und schreiben wir Menü. Ne, geht nicht mal unten. So, da gehen wir jetzt rein mit Doppelklick, Save Selected und wir haben hier nichts. Wir brauchen ja auch nichts. Ich werde euch das alles in Widgets zeigen und wir werden in dem Widget einen Hintergrund machen, wie ihr das gesehen habt, mit ein paar Buttons. Wer möchte, kann statt eines Bildes natürlich auch hier sich einen Hintergrund zusammenbasteln und das Widget quasi über den 3D-Hintergrund kleben. Wir machen jetzt die Variante mit Bild. Ich werde später dann nochmal eine Variante machen mit einer Kamera, die sich eventuell bewegt, aber das dann halt separat. So, wir wollen jetzt ein Widget machen. Das hatten wir noch nicht gemacht. Wir machen und dafür auch einen extra Ordner, weil Ordnung ist das halbe Leben. Und hier gehen wir hin, Rechtsklick und wir suchen uns, wo haben wir es, hier Interface Widget Blueprint. Die brauchen wir. Wir haben auch hier eine normale Version. Die Common Version, die brauchen wir. Zack. Und dann sagen wir hier, so ist unser Menü. Und Doppelklick. Wir kriegen jetzt erstmal hier ein leeres Feld. Die Leute, die in Unreal Engine 4 sind und sich das Tutorial anschauen, ihr habt bereits ein Canvas hier drinnen. Wir müssen uns das reinholen. Ein Canvas Panel. Unreal Engine 5 hat das nicht standardmäßig aus. Und das ist jetzt quasi unser Bildschirm. Wir können hier an der Seite einstellen, wie groß der sein will. Wir belassen es einfach jetzt bei der Basis mit Fill Scene und Screen Size. Also es richtet sich an unserem Bildschirm aus. Je nachdem, was wir eine Auflösung haben, passt der sich an. Das ist ja das, was wir wollen. Das ist jetzt nicht verkehrt. So. Wir wollen jetzt erstmal einen Hintergrund. Dann brauchen wir ein Bild, also ein Image. Ihr könnt hier oben immer eintippen, wenn ihr was braucht. Image. Das könnt ihr drag and drop reinfügen. Dann haben wir hier so ein komisches Kästchen. Und damit wir das jetzt nicht links, rechts und so weiter alles einfügen müssen. Können wir hier bei Anchors verankern wir das Ganze und fixieren das im Bild. Wichtig, wenn man halt am PC macht, weil jeder hat einen anderen Bildschirm, dass er sich auch passend anpasst, ob das jetzt ein HD, 4K oder sonst was ist, dass er sich halt dementsprechend anpasst oder halt einfach eine andere Auflösung. Wir sagen über den ganzen Bildschirm und sagen hier bei links, Null. Wieso funktioniert meine Null nicht jetzt? Und Null das einfach alles. So. Dann fühlt das sich aus. Das ist jetzt der normale HD-Bildschirm, wie man ihn kennt, wie die meisten Geräte, die ihn haben. So. Da muss jetzt ein Bild rein. Dann gehen wir hier. Brush. Da haben wir Image. Und dann können wir hier ein Bild einfügen. Wir haben aber hier noch kein Bild drinnen. Gut. Holen wir uns jetzt erstmal ein Bild. Wichtig ist hier drauf zu achten, welche Größe das Bild hat. Wir sollten uns schon an dem gleichen Format orientieren, wie wir es hier haben. Wie gesagt, hier haben wir einfach die HD-Größe für Bildschirme. Dementsprechend groß sollte auch das Bild sein, dass es dann auch da. Problem, dass es reinpasst. Einfach Drag & Drop reinziehen. Packen das hier rein und tada. Wir haben hier ein Bild. Wenn wir hier halt kein Bild rein tun, ist das transparent und wir könnten das Level im Hintergrund sehen. Wir haben ja hier nichts drinnen, daher wäre das dann schwarz. Wir behelfen uns einfach mit einem Image. Ist auch die einfache Variante. Wir müssen nichts in 3D aufbauen, weil wir haben aber ein Bild vorne dran. Jetzt wollen wir ein paar Knöpfe haben, dass wir es randrücken können, dass wir zum Spiel kommen, zu Optionen kommen oder einfach das Spiel wenden können. Und wir wollen jetzt nicht wild hier verteilen, sondern wir wollen ja schon ein bisschen sortieren. Je nachdem, ob ihr vertikal oder horizontal anordnen möchtet, nehmt ihr euch die passende Box. In meinem Fall, ich will ja hier so übereinander ein paar stapeln. Dann sage ich, ich will die vertikal. Ich brauche die vertikale Box und die können wir dann auch ein bisschen hier reinziehen. Und erstmal so grob ein bisschen anpassen. Das ist jetzt einfach nur so eine kleine Vorlage, wo unsere Knöpfe überhaupt hinkommen. So, mehr braucht noch hier wieder den Anker. Der sagt mir, ich richte mich immer nach dem Eckchen hier oben an. Je nachdem, ob der Bildschirm kleiner, größer oder nicht. Ich richte mich immer nach dem aus. An für sich ist die Seite für mich jetzt nicht so schlecht. Da die Box auf der linken Seite ist, sollte der Anker links sein. Aber ich möchte die mehr in der Mitte haben. Also gehe ich bei Ankers und sage, ich möchte den links in der Mitte haben. Dann geht er hier runter, dann ist er links in der Mitte. Damit ich das genau mittig habe, gehe ich bei Alignment einfach auf 0,5. Und die Y-Position auf 0. Dann kann ich ihn auch anpassen. Ich mache hier einfach mal Fünferzahlen draus. Machen wir hier eine 50 draus. 750. So, machen wir das einfach so. Ich mag glattere Zahlen oder schönere, wenn die nicht so ewige Komma-Zahlen haben. An für sich ist das egal. So, jetzt brauchen wir unsere Knöpfe endlich. Anholen wir uns Buttons. Wir können die natürlich auch drag and drop. Hier dann wirklich schauen, dass ihr die in die Verticale-Box zieht. Wir können die natürlich auch hier einfach in das Feld. Die müssen halt mit unserer Verticalen-Box im Parent stehen. So, wir wollen vielleicht auf die Buttons auch noch was drauf schreiben. Also brauchen wir noch einen Text. Neuer Text. Auch hier wieder. Entweder ziehen wir das hier drauf oder wir ziehen es runter, dass ein Text pro Button vorhanden ist. Jetzt wollen wir die Buttons hier ein bisschen fächern, dass sie nicht oben alle in der Ecke sitzen. Wir klicken uns alle drei gleichzeitig an, damit wir sie parallel bearbeiten können. Wenn die unterschiedliche Größe ausrichten, etc. haben wir einen Punkt, der jetzt nicht, aber da alle in die gleiche Richtung sollen, machen wir uns das einfach mal alle zusammen bearbeiten. So. Erstmal wollen wir die natürlich nach unten ein bisschen ausfächern. Dann können wir sagen, bei Padding, da haben wir es, sagen wir von oben 100 und von unten 100. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier müsst ihr ein bisschen mit den Zahlen spielen, dass das für euch passt. Für mich passt das jetzt zufälligerweise so ganz gut. Noch ein bisschen Glück gehabt. Je nachdem, wenn ihr die irgendwie alignen wollt, könnt ihr auch verschiedene auswählen. Ich mache das jetzt einfach mal Mitte. Und die passen sich bei mir jetzt an meinen Text an. Und jetzt wollen wir die Farbe noch ein bisschen anpassen. Das Grau ist ja doch ein bisschen langweilig. Wir gehen unter Style. Da haben wir Normal, Robert, Pressed. Also Normal, drübergehappert und gedrückt. Da kann man immer die Farbe ändern. Wir machen jetzt erstmal das Normale. Auch hier kann man ein Bild machen. Hier aber ein bisschen aufgepasst. Macht erst ein Bild rein oder macht erst ein Bild, wenn ihr wisst, wie groß eure Buttons sind. Sonst werden die verzehrt. Die Bilder passen sich immer ganz genau eurem Button an. Und je nachdem, wenn ihr das in dem falschen Format oder in der falschen Größe zeichnet, kann da was verzehrt werden. Müsst ihr ein bisschen drauf achten. So. Ich möchte jetzt aber nur die Farbe ändern. Ich sage, ihr möchtet vielleicht blau werden. Man kann natürlich hier einen Color Picker nehmen und sich irgendwo eine Farbe rauspicken. Soll ich mal hier. Und gehen wieder zurück. Man muss dann wieder anklicken. Dann sagen wir, okay, dann passt das so. Wir haben hier Drawn As. Einfach die Art und Weise, wie das ist. Ich habe hier eine Rounded Box standardgemäß angewählt. Dann seht ihr hier, die ist ein bisschen abgerundet. Ihr könnt dann natürlich auch alles Mögliche nehmen. Ihr könnt auch ein Image einfügen, dass ihr dann quasi ein Cutout habt. Aber ich bleib hier. Ihr könnt auch sagen, es ist ein Rand. Aber ich bleib hier bei meiner Rounded Box. So. Hier können wir unsere Rundung ein bisschen anpassen. Wenn wir sagen, wir möchten die ein bisschen mehr haben, können wir sagen, man macht hier eine höhere Zahl rein. 100 ist mehr rund. Das will ich jetzt nicht. Ich ändere den Rounding-Type von Fixed to Half-Height-Radius. Dann passt sich das auch dem Text an. Und hier haben wir die Outline. Hier so eine kleine Outline. Dann können wir sagen, die Farbe passt mir so. Ich möchte vielleicht ein bisschen dicker haben. Können wir hier alles einstellen. Und das Ganze natürlich dann für Havert usw. können wir das anpassen. Das mache ich jetzt nicht. Das ist einfach quasi nochmal dasselbe. Nur wenn ich drauf drücke, ändert sich die Farbe. Oder wenn ich drüber habe, ändert sich die Farbe. Und dann, wenn ich drauf drücke. Und wir können sagen, aber ich passe hier nochmal das Padding ein bisschen an. Dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Hier 20. Und hier 5. Und dann gehen wir jetzt mal an den Text. Erstmal alle drei, dass wir die einheitlich haben. Wir können hier sagen, ich möchte die Farbe vom Text ändern. Ich will nicht das rein weiße haben. Ich möchte hier so ein kleines Offweit haben. So ein bisschen blau mit drin. Dann haben wir auch hier die Font. Wir können hier eine Font reinladen. Hier müsst ihr die Font, die ihr haben möchtet, auch erstmal in die Anhöler. Nicht nur reinladen. Das funktioniert einfach wie bei allem Drag & Drop. Einfach reinziehen. Wir können die runterladen. In Bold. Und dann sagen wir, ich möchte aber ein bisschen größeren Text. Nochmal 30. Vielleicht 50. Das ist schon ein bisschen groß. 45. Bleiben wir bei 45 jetzt erstmal. Sonst hat sich hier ein bisschen verzogen, weil mein Padding nicht mehr in meine Box reinpasst. Das können wir aber anpassen. Dem einfach das Padding ein bisschen runtersetzen. Vielleicht 80. So. Das sieht doch gut aus. Und wir können hier auch einen kleinen Schlagschatten reinsetzen, wenn wir das möchten. Mal sagen hier 5. Ja, der ist transparent. Da sieht man nichts. Sondern vielleicht die Alpha ein bisschen höher machen. Dann haben wir hier einen Schlagschatten. Den können wir da natürlich dann auch ausrichten. Vielleicht ein bisschen runter haben möchten. Dann hätten wir hier einen Schlagschatten drin. Lassen wir das jetzt einfach mal so. 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 Ich habe das jetzt halt an die Größe meiner Texte angepasst. Wenn ihr das in einer einheitlichen Größe haben wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Wir können hier einfach bei den Bottons wieder hingehen. und können sagen... Wo ist es? Ach da. Das wäre hier. Füll dich horizontal. Und dann können wir die jetzt mit unserer Box anpassen. Je nachdem, was ihr machen möchtet, wie ihr euch das schön findet, könnt ihr das natürlich je nach Geschmack anpassen. Eine Sache müssen wir jetzt mal machen, bevor wir unsere Knöpfe drückbar machen, damit wir es auch leichter finden. Die haben jetzt hier einen ganz kummeln Namen. Button 179. Das ist ja ein bisschen blöd dann zu finden. Dann kann man hier anstatt die Zahlen einfach den Text eingeben. Ich glaube es aber weiß, was was ist. Dann haben wir hier den Button Options und hier den Button End. Okay. Dann gehen wir hier von dem Designer auf den Graphen und bekommen hier wieder ganz normale Blueprints, wie man sie auch kennt. Wir nehmen als erstes unseren Start Game. Klicken drauf und sagen, wenn der geklickt wird. On Clicked. Machen wir Plus. Dann kriegen wir hier ein neues. Sagen wir Open Level by Name oder by Object Reference. Je nachdem, was ihr machen möchtet. Bei Object Reference haben wir hier unsere ganzen Level. Hier sind noch diese Start Levels drin. Sagen wir Third Person. Die wollen wir haben. Ihr könnt das auch by Name machen. Da müsst ihr halt auch sehr darauf achten, dass ihr genau den Namen hier nutzt. Sonst findet ihr das nicht. Und halt bei Object Reference können wir einfach das Objekt hier referieren. So. Das gleiche machen wir auch bei dem Options Button. On Clicked. Ich füge hier noch nichts ein. Wir werden uns in einem späteren Tutorial auch die Options ansehen. Wie man ein Optionsmenü erstellen kann, um halt Grafik anzupassen und so weiter. Es wäre jetzt ein bisschen viel, wenn wir das alles in einem packen. Und natürlich den Button End Game. Auch wieder vorne klickt. So. Und wenn der gedrückt ist, wollen wir das Spiel wenden. Das geht auch super simpel. Mit Game. So. Dann wenden wir das Spiel. Okay. Wir brauchen den hier nicht. Wir brauchen hier den hier. So. Wir haben hier ein Third-Person-Game. Das gilt sowohl für das Third-Person-Template als auch das First-Person und eigentlich fast alle Game-Modes. An für sich haben die von annual erstmal keinen Maus-Cursor angelegt, weil meistens braucht man ihn ja nicht. Für so ein Menü wäre es ja doch ganz gut, wenn wir einen haben. Den müssen wir uns jetzt holen. Wir haben hier Event Construct. Das heißt, sobald das Event erstellt wird, machen wir das. Also wir machen das nur einmal, wenn das erstellt wird und dann bleibt der da. So. Wir sagen hier einfach ShowMouseCursor. SetMouseCursor. Wir setzen den auch. Yes. Wir wollen einen haben. Wir brauchen einen PlayerController. GetPlayerController. Der muss da rein. So. So. Und wir sagen zusätzlich noch Set Input Mode zu UI-Only. Und hier muss auch unser PlayerController rein. So. Hiermit setzen wir quasi fest, dass Anvil nur nach unserem User-Interface schaut, also unserem Widget, und sich nicht von Sachen im Hintergrund ablenken lässt. Gerade für Leute, die das Widget in Verbindung dann mit einem 3D-Hintergrund verbinden, dass wir nicht irgendwie aus Versehen was anklicken und ganz Gott weiß wo landen. Sagt er. Ne. Ist nicht. Bitte guck nur nach unseren Knöpfen. Alles andere ist jetzt erstmal unwichtig. Das haben wir jetzt gesetzt. Wir müssen das ja auch wieder löschen, wenn wir ins Spiel gehen. Wenn wir ins Spiel gehen brauchen wir den Käse hier nicht. Wir holen uns den wieder zurück. Strom C, Schweine Frau. Sagen hier. Ops. Ich wollte den hier nicht haben. Wir sagen, kein Maus-Cursor mehr. Ich brauch dich trotzdem hier. Und Set Input Mode Game Only. Dann schaut er nur nach dem Spiel und nicht so stark nach dem UI. Das wollen wir eigentlich nicht anklicken. Einfach um den Fokus nochmal zu setzen, auf was ich jetzt konzentriert werden soll. So. Machen wir das ein bisschen weiter auseinander. Dann wäre das hier abgeschlossen. Können wir auch mal einen Comment machen und sagen End Game. Das ist noch zu tun. Und dann sagen wir hier C Start Game. Lassen wir einfach wissen, wenn wir später mal hinzukommen, was das hier ist. Sondern dann kann man sagen, okay. Können wir hier sagen auch noch C. Äh. Und dann machen wir. Machen wir Boom aus. Gut. Kommentare sind immer wichtig. Gerade wenn ihr lange an einem Projekt arbeitet. Am Ende wisst ihr gar nicht, womit ihr angefangen habt. Da ist es sinnvoll, sowas auch zu beschriften. Und zu hinterlegen, was da eigentlich gemeint ist. So. Dann haben wir Compile. Und Player Controller wird nicht gegettet. Oh, das ist der falsche Player Controller. Get Player. Da haben wir den richtigen. Ich habe hier einen falschen Player Controller. Da sieht man wieder Annual Engine. Get Player Controller. Get Player Controller. Da einer hat ein Target. Da einer hat ein Index. Wir brauchen den mit dem Index. Da vertut man sich schnell. Da viele Sachen gleich heißen. Also einfach mal ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, tippt es nochmal ein. Vielleicht gibt es ja eine Note, die so oder so ähnlich heißt. So. Da haben wir den richtigen Controller. Compile. Jetzt funktioniert es auch. Wollte sagen, hä. Damit sind wir jetzt auch erstmal mit der Widget fertig. Wir haben hier ein bisschen Code. Wenn man Knöpfe drückt, tun die was. Und wir haben einfach ein bisschen Grafik, dass das ein bisschen schöner aussieht. Und ja, die Knöpfe zum Drücken. So. Jetzt müssen wir das natürlich erstmal öffnen. Weil von alleine kommt das ja nicht dahin. Wir müssen das quasi jetzt erstmal vor unserer Kamera halten. dazu gehen wir in unser Level Blueprint und sagen hier Event Begin Play. Also sobald das Level geöffnet wird, sagen wir erstmal die 8 Widget. Dann sagen wir hier. Create doch bitte. Wie haben wir es genannt? Widget. Menü. Ah, ich muss nochmal spicken. Da unten haben wir es. Menü. Und dann sagen wir Add to Viewport. Ja. Und ich stöpsel das hier rein. Compile. Save. Und damit öffnet sich unser Widget. So. Und das können wir auch ausprobieren. Ich sage, ich möchte hier ein neues Fenster haben. Und zack. Wir haben hier unser Viewport. Und dann können wir hier gucken. Ah, beim Overhavern funktioniert es. Ist jetzt nicht sonderlich schön, aber es tut es. Start Game. Wir sind hier. Und wir sagen, das hat funktioniert. Wir haben jetzt ein Startmenü. So. Und natürlich testen wir auch kurz. Unser Start hat funktioniert. Option passiert nicht. Es startet sich immer wieder unser Optmenü. Das Endgame. Funktioniert auch. Spiel ist beendet. Ist immer schön, wenn Sachen so das tun, was sie auch sollen. Ist auch mal wieder schön, wenn Sachen so funktionieren, wie sie sollen. Das war's für diesen Tutorial. In dem nächsten Tutorial werde ich mir einmal ein Pausemenü ansehen. Und einmal das Optionsmenü für Grafiken. Und ein Optionsmenü für Audio. Dass wir das alles ein bisschen übersichtlicher getrennt haben. Und ein Follower lohnt sich. Es gibt wieder mehr Tutorials. Und ein Like kommentieren wäre halt auch super nett. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. So. 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 So.